Werner! Moin! Ist es der Werner? Hallo Werner! Du bist der Glückliche, der das Meet & Greet gewonnen hat, oder was? Cool! Steezy, sind das die Shirts, die im neuen Shop verkauft werden? Hatte Lust? Ich bitte dich! Das sind natürlich die neuen Shirts, die im... Das sind doch die, nach denen die ganze Zeit gefragt wird, die jeder haben will, oder? Richtig, braucht jeder bei klicke.de Und was ist jetzt bestellbar? Die Spicker sind da unten. Achso, die kann man auch in Bündeln kaufen, oder wie? Die kann man auch in Bündeln kaufen. Achso, cool. Komm mit Werner in die Küche. Wir haben heute was ganz besonderes für dich vorbereitet. Genau. Werner, rate doch mal, was wir heute mit dir vorhaben. Wir backen Plätzchen! Juhu! So! Und? Und? Wie fängt man an beim Plätzchen backen? Werner? Richtig, man geht sich die Wichsgriffe waschen. Komm mit Werner! Ja, so ist gut. Mit Seife, mit Seife! Werner wollte ohne Seife die Hände waschen. Guck mal Werner, hier. Für die musikalische Untermalung sorgen heute auch die GZSZ-Weihnachtshits. Alles ist drauf. So gerne. Werner und Steezy, habt ihr Bock auf Plätzchenbars? Auf jeden Fall! Come on, Plätzchenbars! Mehl, Zucker, Butter, Eier und ne Prise Salz muss wirklich rein. Der Ofen wird schon vorgeheizt. Wir kneten unseren Mürbeteig. Dieser wird ausgerollt. Wir kommen uns vor wie echte Köcher. Jeder kriegt die Aussteckform, in der er seine Plätzchen möchte. Mehl! Mehl! Wie viel Gramm? 250 müssten es eigentlich sein. 250 Gramm Mehl. Das variiert auf Chefkoch. Werner, wie viel Zucker? Werner, bist du Diabetiker? Gut. Hau rein. Gib ihm. Prise Salz. Oh. Ah, das ist das gute Rotsalz. Sonst schadet nicht. Das schadet nicht. Butter. Kalte Butter ist auch wichtig. Die Hälfte würde ich sagen, ne? Ja. Das ist ein gutes Kraftträgen. Butter ist knifflig, weil die lässt sich so schlecht brechen. Rein damit. Gerne. Guck doch mal rein hier, wie wir das hier machen. Schau. So, ein Ei. Ich würd sagen, dann ist das auch schon fertig, oder? Ja. Würde ich sagen, ab in den vorreizen Ofen, oder nicht? Ja. So, wir schauen. Wir haben natürlich das Wichtigste vergessen. Die Nuts. Die Nuts. Die Nuts. Wir müssen hier rein. Werner und zarte Lust. Ist das das Ding, wo du sonst deine Proteinshakes machst? Genau. Die Nuts. Die Nuts. Auch noch mit rein in den Teich. Guck. Schau dir das an, Werner. Achso, eine Frage habe ich noch. Weißt du eigentlich, was ein Keks unterm Baum ist? Ein Keks unterm Baum? Keine Ahnung. Ein schattiges Plätzchen. Wir wollen mal schauen, ob die was geworden sind hier, ne? Ah, das sieht ganz gut aus. Ja, 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 ja. Mh, lecker schmeckt. Zarte Lust. Guck mal, ist das nicht herrlich? Ja, ja, ja. Ist das nicht prächtig geworden? Schöne Kekse, Stisi. Schöne Kekse, zarte Lust. Haben wir gut gemacht. Klatsch ein. Werner? Du auch. Aber nur weil er seine Wichsgriffe so schön gewaschen hat. So, komm, Werner. Komm, verpiss dich jetzt, bitte. Verpiss dich einfach. Komm, hau ab jetzt. Werner. Hau ab jetzt. Kriste mal, damit du nicht komplett nirgends gehst hier. Komm noch mal mit. Gehen wir noch mal zu Tatjana in die Zimmern. Hier. Und grüße mal Jan sicherlich. Weißt du? Mannschaft, du Scheißwixer. So, komm hier. Damit du noch mal was Gutes machst. Darfst du noch mal in den neuesten Stisi-Hit reinhören. Sofort am Start. Was ich sag, das ist Gesetz. Was du sagst, das ist Gesetz. Jedenfall. Jedenfalls. Meistens. Ey, egal. Weniger. Nicht mehr. Mach mal weniger. Mal mehr. Aber meistens kommt es aufs Göttchen raus. Weiß ich drauf. Bleib zu Hause. Renk mir diese Scheiße auf. Schreib sie auf. Rapp dann diese Scheiße ein. Und denk, was für ein geiler Typ. Echt. So, kannst du dann irgendwann, wenn du bleibst Smarty, endlich mal draußen ist. Renk, komm mal. Hier ist noch ein Fernsehzimmer. Das hast du noch gar nicht gesehen. Guck mal da, das Fernsehzimmer. Äh, wollt ihr jetzt noch essen oder was? Bestimmt nicht von der Kamera. Gut, was machen wir da? Das ist ja allgemein nichts. Wir essen ja auch nicht, Digga. Schon ein bisschen widerlich. Okay, direkt in den Müll damit. Ja, ne, lass ihn mal noch nicht wegwerfen, oder? Das ist ja nicht. Warte, wir können doch noch gebrauchen. Was? Kann er vielleicht noch gebrauchen. Wofür? Weiß ich nicht. Vielleicht für uns. Für die Vögel. Für unsere Gäste. Oder für die Vögel. German Lance. Kleinen Keks gefällig. Echt? Heute frisch gebacken. Tatsächlich. Weiß mal rein. German Lance Frau. Kleinen Keks. Blackhaw. Blackhaw. Schmeckt? Schmeckt, oder? Mit Bewohnern, der nicht ins Leben will. Auf dem Keks. Ja. Milag oder Nagelag. Geht sogar tatsächlich klar. Geht klar, ne? Ja, die sind auch gut. Die sind gut. Die sind halt Kokskekse. Koks? Koks, Keks, Koksne.